Wenn du VMs und Container deines Boxmox-Servers automatisch auf einen dedizierten Backup-Server oder auch auf einen NAS sicherst, bist du, was Software- oder Hardware-Ausfälle deines Boxmox-Hosts angeht, gut gerüstet. Oder fehlt da nicht noch was an deiner Backup-Strategie? Insbesondere wenn sich dein Boxmox-Server und dein Backup-Medium am gleichen physischen Ort befinden, solltest du dir auf jeden Fall Gedanken über ein Offsite-Backup machen. Wird nämlich der gemeinsame Standort von Server- und Backup-Medium durch Feuer, Wasser oder Ähnliches zerstört, sind deine Daten ernsthaft in Gefahr. Deshalb zeige ich dir in diesem Video eine Möglichkeit, wie du für deutlich unter 5 Euro im Monat ein automatisches Offsite-Backup deines Boxmox-Servers mithilfe von Hetzner Storage-Boxes erstellen kannst. Was du alles dafür benötigst und wie das Ganze genau funktioniert, das siehst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du interessierst dich für den Einsatz von Open-Source-Software wie Nextcloud, eine 3CX-Telefonanlage, Proxmox, TrueNAS und viele mehr? Und du benötigst Unterstützung bei der Einrichtung oder Konfiguration dieser Dienste? Kein Problem. Dann melde dich gern bei mir. Egal ob Unternehmen oder Privatpersonen. Ich unterstütze dich gern bei deinem Vorhaben. Schreib mir einfach eine E-Mail an service-at-apfelcast.com Warum ein Offsite-Backup wichtig sein kann, das haben wir gerade schon im Intro geklärt. Und ich habe eine solche Situation tatsächlich selbst auch mal erlebt. Zwei meiner Kunden, die ich betreue, waren auch von der Katastrophe im Ahrtal betroffen. Die hatten zum Glück ein Offsite-Backup von ihren essentiellsten Geschäftsdaten. Da waren wir wirklich froh drum und konnten anhand dieses Offsite-Backups auch einen grundlegenden Geschäftsbetrieb innerhalb von kurzer Zeit wiederherstellen. Natürlich muss man zum Glück sagen, sind solche Ereignisse, wo ganze Gebäude komplett zerstört werden, heutzutage eher unwahrscheinlich. Aber umso wichtiger die Daten sind, die man auf seinem Server hat, umso mehr macht es auch Sinn, sich über ein solches Offsite-Backup Gedanken zu machen, weil man halt immer im Hinterkopf haben muss, was passiert, wenn die ganzen Daten weg wären. Und wenn das zu wirklich schlimmen Folgen kommt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sowas hier auch in Betracht zu ziehen. Was die Backup-Strategie angeht, ist das Offsite-Backup aus meiner Sicht immer ein zusätzliches Backup. Das heißt, eure ganz normale Backup-Struktur und Backup-Logik habt ihr natürlich Onsite, wo beispielsweise täglich oder auch mehrmals täglich Sicherungen auf einen vor Ort befindlichen Backup-Server oder ein vor Ort befindliches NAS zum Beispiel erstellt werden. Warum sollt ihr auf jeden Fall eine Onsite-Sicherung auch immer haben? Nun, der Hauptgrund dafür sind Geschwindigkeitsvorteile. Natürlich habt ihr im Internetnetzwerk meistens höhere Datenübertragungsraten wie zu eurem Offsite-Backup, weil, naja, ganz einfach das Internet hier meistens, oder der Internetanschluss besser gesagt, der limitierende Faktor ist. Das heißt, wenn mal im normalen Betrieb was Kleineres schief geht und ihr müsst beispielsweise einfach eine VM restoren und ihr wollt dabei den Geschäftsbetrieb nicht groß aufrechterhalten, dann geht das natürlich Onsite über eine interne Netzwerkverbindung, beispielsweise über eine 10-Gigabit-Verbindung sehr, sehr schnell, deutlich schneller, wie wenn ihr das Ganze erst mal aus dem Internet runterladen müsst. Wenn ihr dann aber tatsächlich mal auf ein solches, ja, Offsite-Backup zurückgreifen müsst, dann ist ja schon ganz schön viel, ja, Blödes passiert, sodass eigentlich die längere Wartezeit dann nicht mehr euer größtes Problem ist. Da kann man das dann verkraften. Und deswegen aber auch hier aus meiner Sicht immer ein zusätzliches Backup. Schauen wir uns doch zunächst mal an, was eigentlich eine solche Herzen aus Deutschbox ist. Im Grunde genommen ist das einfach ein Dateiserver, der sich im Rechenzentrum befindet. Hier könnt ihr zwischen Deutschland und Helsinki als Standort wählen. Und dieser Dateiserver bietet einige Protokolle an, also wirklich hier eine relativ praktische Palette auch. Dazu zählt SMB, dazu zählt FTP, dazu zählt natürlich SFTP, Ersync und noch viele weitere, was hier natürlich das Sichern, gerade von Backups, sehr, sehr einfach macht. Der Preis ist hier ziemlich unschlagbar, zumindest aktuell bekommt ihr hier für knapp unter 4 Euro 1 Terabyte Speicherplatz. Natürlich ist der Preis hier pro Monat zu rechnen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, vor allen Dingen bei unlimitiertem Traffic. Also ihr könnt hier so viel Daten hoch- und runterladen, wie ihr wollt. Da gibt es keine Limitierung. Dazu haben wir noch eine ganze Menge weiterer Features. Also man kann unterm Strich wirklich sagen, Preisleistung lohnt sich hier. Eine kleine Besonderheit hier im Zusammenhang mit Proxmox müssen wir noch beachten. Und zwar geht es hier um die Erstellung von inkrementellen und vollen Sicherungen eurer virtuellen Maschinen und Container. Grundsätzlich ist es so, dass Proxmox inkrementelle Sicherungen nur bei dem Sichern auf einen Proxmox Backup-Server hier unterstützt. Also auf das eigene Backup-Betriebssystem hier von Proxmox. Das kriegen wir natürlich auf der Storage-Box nicht installiert. Bei allen anderen Sicherungswegen, beispielsweise auf einer oder eine solche Storage-Box, erstellt zumindest das interne Tool von Proxmox immer automatisch ein Vollbackup. Das ist natürlich jetzt bei kleineren virtuellen Maschinen und Containern kein Problem. Wenn die ein paar Gigabyte haben, könnt ihr das durchaus auch täglich auf die Storage-Box sichern. Und das läuft dann auch in einer angemessenen Zeit durch. Allerdings, wenn ihr hier natürlich große Instanzen habt, eine Nextcloud mit mehreren Terabyte beispielsweise, dann kann natürlich hier die Zeit und vor allen Dingen auch eure Internet-Upload-Leitung so ein bisschen zu einem Problem führen, dass es sich hier nicht lohnt, ein Vollbackup täglich zu machen. Da gibt es mehrere Strategien. Beispielsweise könnt ihr auch sagen, naja, Off-Site für diesen absoluten Worst-Case reicht mir auch ein Backup in der Woche, beispielsweise am Wochenende, wenn eh nicht so viele neue Daten hinzukommen. Oder ihr nutzt dann Tools außerhalb von Proxmox, beispielsweise Borg-Backup. Damit lassen sich auch sehr gut inkrementelle Sicherungen erstellen. Video dazu habe ich ja schon mal gemacht. Findet ihr hier auch verlinkt. Das einfach mal als kleine Info vorab. Nun aber genug der Theorie. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal an, wie ihr ganz einfach mithilfe von Proxmox Backups auf eine Storagebox erstellen könnt. Hier auf dem Computer angekommen, solltet ihr natürlich bereits bei Hetzner eure Storagebox bestellt haben und die sollte natürlich im Optimalfall hier auch schon von Hetzner für euch freigeschaltet worden sein. Das geht relativ schnell eigentlich. Nun, wenn ihr jetzt hier im Hetzner-Robot auf der Übersichtsseite von eurer Storagebox seid, dann brauchen wir zwei Dinge hier. Als erstes müsst ihr auf jeden Fall hier mal den Samba-Support hier aktivieren und wenn ihr noch kein Passwort für eure Storagebox gesetzt habt, dann könnt ihr das ganz einfach einmal tun hier über Neues Passwort erstellen. Dann wird es euch hier oben angezeigt. Außerdem solltet ihr auch noch einen Blick darauf haben, dass hier auch die externe Erreichbarkeit aktiviert ist. Das ist sie im Grunde genommen per Standard, aber da könnt ihr euch einfach nochmal absichern. Okay, wenn wir das alles haben, dann können wir theoretisch auch schon einfach hier auf dem Proxmox-Server rüberwechseln. Und Proxmox unterstützt ja nativ das Hinzufügen von Samba-Shares, also unter Data Center und dann dem Punkt Storage, könnt ihr hier über Add direkt theoretisch eine SMB-SIFS-Quelle hinzufügen. Warum sage ich theoretisch? Das funktioniert. Funktioniert auch mit der Storagebox, aber das Ganze ist halt komplett unverschlüsselt. Die Backups landen dann also unverschlüsselt auf der Hetzner-Storagebox. Natürlich würde ich behaupten, dass Hetzner ein vertrauenswürdiger Hoster ist, aber dennoch Backups irgendwo auf einem externen Speicher unverschlüsselt abzulegen, ist halt nicht so wirklich optimal, was die IT-Sicherheit angeht. Deswegen nutzen wir jetzt hier das kostenlose Open-Source-Tool GoCryptFS, weil es uns relativ einfach ermöglicht, hier die Dateien, also die Backups, die wir dann auf der Storagebox ablegen möchten, hier direkt zu verschlüsseln, sodass auf der Storagebox nachher nur verschlüsselte Dateien liegen, mit denen eben jemand, der den Entschlüsselungsschlüssel dazu sozusagen nicht hat, gar nichts damit anfangen kann. Das ist natürlich der optimale Weg und das Ganze ist hier sehr sicher und auch von der Performance noch wirklich sehr gut, dieses GoCryptFS-System. Schauen wir uns mal an, wie wir das Schritt für Schritt einrichten. Das geht direkt auf der Befehlszeile auf eurem Proxmox-Server. Wie ihr seht, habe ich mich jetzt hier via SSH direkt auf den Proxmox-Host angemeldet, nicht auf irgendeiner virtuellen Maschine, sondern direkt auf dem Host, denn da führen wir jetzt die Einrichtung durch. Als erstes installieren wir uns mal GoCryptFS sowie die CIF-Utils, um hier eben auch SMB-Verbindungen anbinden zu können. Ist das erledigt, bereiten wir gleich die Verbindung zur Storagebox hier einmal vor. Dazu erstellen wir hier eine Datei, in der wir dann die Login-Daten für die Storagebox anlegen. Innerhalb dieser Datei könnt ihr dann einfach hier einmal Username und Passwort sozusagen als Vorlage aus den Befehlen, die ihr natürlich unten verlinkt findet, hier reinkopieren und könnt nun hier von eurer Storagebox den Usernamen und das Passwort eingeben. Bei mir sieht das Ganze jetzt hier so aus und dann könnt ihr auch schon die Datei einmal speichern und schließen. Jetzt passen wir noch die Zugriffsrechte so an, dass natürlich nur der Root-User darauf Zugriff hat und dann können wir hier auch schon einen Mount-Point erstellen. Wir werden jetzt hier gleich zwei Mount-Points haben, davon bitte nicht verwirren lassen. Der erste Mount-Point, das ist der Mount-Point, der nachher verschlüsselt ist. Also das, was auf der Storagebox selber liegt, soll ja jederzeit verschlüsselt sein. Das ist jetzt der erste, den wir anlegen. Später legen wir noch einen zweiten an, das ist der entschlüsselte, so dass wir überhaupt auf die Backups auch zugreifen können und darüber dann auch Daten drauflegen können. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ich denke, im Laufe des Videos versteht ihr relativ schnell die Logik. Also wie gesagt, jetzt hier den ersten, wo wir ganz normal für einen klassischen Mount einfach der Storagebox per SMB hier nutzen und natürlich nutzen wir zum Mount an sich dann den FS-Tab. Hier könnt ihr jetzt, wenn ihr möchtet, noch eine Kommentierung hinzufügen und den eigentlichen Mount-Parameter, den könnt ihr euch auch wieder einfach aus der Beschreibung rauskopieren und hier einmal einfügen. Alles, was ihr im Grunde genommen anpassen müsst, ist hier euer Benutzername eintragen. Der Rest sollte eigentlich für alle Storagebox-User identisch sein. Wichtig auch hier, Hetzner gibt vor, dass ihr bei SMB-Mounts hier automatisch diese Directory-Backup nutzt. Das ist einfach der Default, deswegen habe ich sie auch gleich so mit übernommen. Ansonsten habt ihr hier den Mount-Point, natürlich welches File-System wir natürlich dafür benutzen und hier noch die weiteren Standardwerte, Mount-Parameter, die hier gebraucht werden. Da müsst ihr, wie gesagt, weiter hinten nichts anpassen, im Grunde genommen nur den Benutzername. Dann bespeichern wir die Datei hier einfach einmal ab und können den Mount dann auch schon einmal hier testen mit dem Befehl Mount-A und dann minus 3 mal V. Das sieht doch gut aus, successfully mounted. Jetzt ist hier also die Storagebox mit unserem Proxmox-Host verbunden, aber aktuell noch unverschlüsselt. Das erledigen wir gleich als nächstes. Übrigens, wenn ihr hier diese Meldung successfully mounted nicht stehen habt, kann das unter Umständen an eurem Router liegen. Gerade bei einer Fritzbox kann es sein, dass ihr hier Anpassungen vornehmen müsst, damit überhaupt ein solcher SMB-Mount hier über die Warnschnittstelle, also über das Internet, möglich ist. Eine Anleitung dazu, was ihr da anpassen müsst, findet ihr unten verlinkt. Ich habe aber leider auch schon gehört, dass das bei Anbieter-Fritzboxen nicht geht, nur wenn ihr euch selber eine gekauft habt. Aber checkt das am besten selber mal kurz aus. Nun machen wir uns also an die Verschlüsselung unseres Storagebox. Das geht ganz einfach mit diesem Befehl hier. Hier sagen wir eben dem Tool GoCryptFS, es soll initialisiert werden und es soll bitte dieses Verzeichnis, also da, wo wir uns aus Deutschbonks hingemountet haben, einmal bitte initialisieren. Das geben wir jetzt hier ein, dann werden wir nach einem Passwort gefragt. Das ist jetzt das Passwort, mit dem wir sozusagen diesen Ordner verschlüsseln und im Umkehrschluss auch das Passwort, mit dem wir ihn wieder entschlüsseln. Also hier sicheres Passwort wählen, langes Passwort, vielleicht auch komplexes Passwort wählen und vor allen Dingen gut merken. Das Ganze nochmal bestätigen. Dann wird euch hier als nächstes auch noch ein Masterkey angezeigt, der ist auch wichtig. Auch den bitte einmal speichern, am besten einen Passwortmanager oder ähnliches. Den könnt ihr dann eben benutzen, wenn zum einen mal euer Passwort vergessen wurde oder wenn auch hier irgendwas schief gelaufen ist mit der Verschlüsselung, könnt ihr hier auch das wieder zur Recovery dann verwenden. Natürlich liefere ich euch auch im Verlauf dieses Videos gleich noch einen Beweis, dass natürlich die Dateien hier wirklich verschlüsselt sind. Gehen wir aber den ganzen Prozess erstmal durch. Jetzt ist das Ganze hier verschlüsselt, aber in dieses verschlüsselte Verzeichnis kann Proxmox nicht automatisch Backups rein erstellen. Hierfür müssen wir Proxmox einen Ordner geben, der unverschlüsselt ist, dass er also ganz normal Backups ablegen kann. Das machen wir jetzt als nächstes. Das ist also der zweite Mountpoint, den ich vorhin erwähnt habe. Wie ihr seht, vom Namen her genau das gleiche wie oben, nur eben ohne Crypt, also unverschlüsselt. Als nächstes legen wir auch wieder eine Datei mit Zugangsdaten an, ähnlich wie beim ersten Mount, nur kommt hier dann das Entschlüsselungspasswort rein. Das ist diese Datei hier. Hier oben gebt ihr dann das Verschlüsselungspasswort einmal ein. Mehr nichts, einfach nur das Passwort in reiner Form hier einmal reinkopieren. Dann einmal speichern. Auch hier wieder die Zugriffsrechte anpassen. Und damit natürlich dann beim Systemstart diese Entschlüsselung auch automatisch stattfindet, richten wir das auch wieder mit Hilfe von FSTAP ein. Hier könnt ihr auch wieder die Zeile einfach aus der Vorlage einmal rauskopieren und hier einfügen. Und wenn ihr die gleichen Mountpoints genommen habt, wie ich hier, müsst ihr hier gar nichts anpassen. Einfach nur einmal reinkopieren und das Ganze dann einmal speichern. Und dann können wir auch hier den Mount zur Entschlüsselung einmal testen. Und wenn auch hier successfully mounted steht, hat das auch geklappt. Jetzt sind wir in der Befehlszeile fertig. Und dann schauen wir uns doch mal in Boxbox im Browser an, wie ihr jetzt diese Verschlüsselung verwendet. Und dann zeige ich euch im Anschluss auch noch, dass die Dateien wirklich verschlüsselt sind. Auf eurem Boxbox-Server angekommen, geht ihr dann wieder eben hier auf den Punkt Datacenter und dann Storage. Dann klicken wir auf Add und nehmen hier jetzt bewusst Directory, nicht SMB-SIFS, sonst einfach nur Directory. Bei ID könnt ihr einen Namen vergeben. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Storage-Box. Bei Directory, ganz wichtig hier, gebt ihr jetzt den unverschlüsselten Ordner an. Damit eben, wie gesagt, Boxbox hier ganz normal Backups drin ablegen kann. Bei Content könnt ihr natürlich dann jetzt in meinem Fall hier sagen, ich möchte da nur Backup-Files drauf ablegen. Könnt ihr theoretisch natürlich auch andere Dateiarten dort ablegen. Ihr solltet natürlich schauen, dass der Haken bei Enable gesetzt ist. Und ihr könnt auch gerne schon eine Backup-Retention hier einrichten. Das bedeutet, wann eben die Backups hier automatisch gelöscht werden. Ihr könnt hier eine etwas komplexere Form euch aufbauen mit einer Archivierung dahinter. Also wie viele jährliche, wöchentliche, stündliche Backups sollen aufgehoben werden. Oder ihr sagt einfach nur Keep Last. Also zum Beispiel Keep Last 7 bedeutet, beim achten Backup wird sozusagen das erste Backup, also das älteste Backup, wieder gelöscht. Und so rotiert das dann durch. Aber das könnt ihr euch aufbauen, wie ihr möchtet. Für die Demo hier jetzt reicht mir dieser ganz simple Zweck einmal aus. Wenn ihr bei Keep All Backups den Haken drin habt, dann wird früher oder später wahrscheinlich euer Storage-Box volllaufen. Deswegen überlegt euch hier irgendeine Art von Retention auf jeden Fall. Dann können wir hier auch schon einmal auf Add klicken. Wie ihr seht, wird jetzt hier der Storage hinzugefügt und initialisiert. Das kann einen kleinen Moment dauern. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt dann hier auch schon angezeigt, die Größe von eurer Storage-Box. Nämlich 1,1 Terabyte, also 1 Terabyte bucht ihr. Und das ist dann eben genau aufgerechnet hier die 1,1 Terabyte. Gut, dann können wir das Ganze eigentlich auch schon verwenden. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze doch mal aus, indem wir hier das erste Backup mal erstellen. Ich sage jetzt hier von meinem Unify-Controller einfach mal ein manuelles Backup. Gehe also auf den Container drauf. Klicke hier einmal auf Backup. Ihr seht schon, Storage-Box ist vorausgewählt. Ansonsten guckt eben, dass der richtige Storage hier ausgewählt ist. Klickt hier auf Backup Now. Ich sage, das Ganze soll jetzt hier im Stop-Modus gemacht werden, um möglichst konsistentes Backup zu erhalten. Und sage hier, Compression passt mir. Den richtigen Storage habe ich schon ausgewählt. Also sage ich hier einfach einmal Backup und jetzt wird das Backup eben erstellt und direkt auf die Storage-Box geladen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass eure Upload-Leitung hier durchaus ein Bottleneck darstellen kann. Wenn diese recht langsam ist, ja, dann werden hier auch die Backups etwas länger brauchen, bis diese abgeschlossen sind, da jeweils hier ein Voll-Backup entsteht und dann hochgeladen wird. Wenn ihr natürlich das Ganze ein bisschen komfortabler haben möchtet und beispielsweise auf inkrementelle Backups zurückgreifen möchtet, wie gesagt, dann würde ich euch hier den Proxenox Backup-Server empfehlen. Video dazu ist auch verlinkt. Aber jetzt warten wir einfach mal, bis das Ganze durchgelaufen ist. Wie ihr seht, ist das Backup jetzt hier bei mir durchgelaufen. Schauen wir uns jetzt mal wie versprochen an, wie das Ganze denn auf der Storage-Box aussieht. Dazu gehe ich jetzt hier einfach her und verbinde mich via SFTP hier auf Mac mit dem Tool Transmit direkt mit der Storage-Box. Sehe das also quasi aus Blick eines externen und gehe jetzt hier einfach mal drauf. Hier verbinde ich mich natürlich einmal damit. Und dann seht ihr hier auch schon, da geht es schon los mit der GoCryptFS Verschlüsselung. Wenn ihr hier mal reinschaut, naja, mit den Daten könnt ihr und kann auch ein Angreifer ohne den entsprechenden Entschlüsselungs-Key hier gar nichts anfangen. Also genau das, was wir wollten, haben wir hier erreicht. Aber wie könnt ihr jetzt ein Backup wiederherstellen? Also wie funktioniert das Ganze jetzt in Proxmox mit solchen verschlüsselten Dateien? Wenn wir jetzt hier also in Proxmox auf unsere Storage-Box draufgehen und dann auf den Punkt Backups, sehen wir hier ganz normal das Backup und können auch ganz normal einen Restore durchführen. Das ist einfach der Grund, weil wir hier diese zwei Mountpoints haben. Einmal den verschlüsselten, der eigentlich auf der Storage-Box liegt. Und lokal arbeiten wir hier eben mit einem entschlüsselten Zugang, so dass es bei Proxmox genau identisch ist, wenn ihr hier das ganz normal auf die Internet-Festplatte sichern würdet. Und da gibt es keinerlei Sondervorgehen, das ihr hier habt. Abschließend würde ich euch natürlich empfehlen, hier auch wieder über den Punkt Data Center und dann Backup, hier einen entsprechenden Backup-Job auf eurer Storage-Box hier einzurichten, wo ihr hier eine entsprechende Häufigkeit wählt, beispielsweise einmal täglich, und dann eben sagt, welche der entsprechenden VMS und Container ihr hier mitnehmen möchtet. Als Tipp wie immer natürlich, wenn ihr bei einer VM oder einem Container eine Datenbank mit dabei habt, empfiehlt es sich, das Ganze immer im Stop-Modus zu sichern, da so dann auch Datenbanken möglichst konsistent mitgebackupt werden. Northside-Backup ist wirklich so eine Sache, wo man hofft, dass man es nie braucht. Und wenn man es braucht, dann ist man wirklich froh darüber. Ich hoffe, die Einrichtung hat bei euch hier auch so wie gezeigt geklappt. Falls es bei euch nicht der Fall ist, oder ihr allgemein noch Fragen zur richtigen Backup-Strategie für euren Anwendungsfall habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an service-at-apfelcast.com und ich helfe euch natürlich gerne weiter. Ansonsten findet ihr hier in der Endcard auch noch meine Patreon-Seite verlinkt. Da findet ihr viele weitere exklusive Videos hier zu den Themen Open Source, Rocksmokes und so weiter. Und ihr haltet dort auch einen persönlichen Chat-Support bei Fragen und Problemen. Schaut da also gerne mal vorbei. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.